So, herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge DEATHMAN! So, ähm, ja, wo waren wir denn gerade? Spiegelring, Wasserflasche, Papier mit Karte. Ja... Ich muss jetzt erstmal gucken, was ich machen kann. Da fehlt mir noch was, ähm, kann ich hier sonst was machen? Nein. Ne, mit den beiden kann ich auch nicht reden. Hier scheint genug Platz für eine Karte zu sein. Ich hab gehört, dass Versteckbuchstabe erscheint, wenn die Rolle feucht ist. Ähm... Das ist ein Reisedokument, vergiss nicht, dass wir den Zarrensiegel stempeln lassen. Ansonsten ist es nur ein nutzerisches Stück Papier. Ähm... Haben wir hier irgendwas dazu? Ne... Ne... Ja... Ähm... Muss ich gucken... Muss ich gucken... Das ist die... Ein Reisedokument, vergiss die nicht. Ich weiß nicht mehr, was es geht hier. Ähm... Ich hab keine Ahnung, hier steht ja auch nicht mehr irgendwie vernünftig drin, was ich machen soll. Da steht nur, das ist da deine Reisedokument. Dann vergiss nicht, das mit dem Zarrensiegel stempeln zu lassen. Ansonsten ist es nur ein nutzloses Stück Papier. Hä? Ja, wenn ich weiß welches... Dann könnte ich es auch machen. Ich muss das überspringen, tut mir leid. Aber... Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt hier... Das... Das kann ich ja gar nicht ahnen, wenn ich es nicht hatte. Zu dir sein, wir brauchen nur noch den Stempel. Mann, ist das lang... Boah, ist ja künstlich aufgezeichnet. Mann, Mann, Mann. So... So... So, der Reisegutschein ist schon mal drin. Jetzt können wir dem... Verrückten Baum diese Reisegutscheine geben. Warum redet der nicht? Mal sehen, ja, sieht gut aus. Ähm... Ich brauche ein gutes Rost in diesen... Ich brauche das Pferd noch. Ich muss den Sattel zacken. Ah, jetzt kriege ich den Sattel bestimmt. Ah, jetzt kriege ich den Sattel bestimmt. Ich hab die gar nicht gewusst, dass die in der Jahreszeit schon Flugzeuge hatten. Also in der Zeit hier irgendwelche, der das auch immer hier spielt gerade. Die konnten mich leider nicht informieren. Ja, leider. Ich glaub, das Spiel jetzt hier, da steht aber leider nichts richtig drin. Nur, dass wir unsere Mutter suchen. Ja, und das war's. Deswegen kann ich jetzt nichts. Aber es freut mich immer wieder, ein Spiel zu spielen. Ach ja. Pfeilboden. Einen Schlüssel. Wo soll ich denn hier einen Schlüssel finden? So, ich brauche Flugzeug. Was ist denn das? Weizenhalm. Den hab ich hier, glaub ich, auch irgendwo gesehen. Da ist ein Schlüssel. Den Weizenhalm. Den Weizenhalm. Den Weizenhalm. Den Weizenhalm. Den Weizenhalm. Aber wo war die Frage nur? Da. Hallo. Ist das nicht richtig? Oh. Ähm. Topf hab ich aber irgendwo gesehen. Wo war der? Da. Die haben Schlangen hier? Ihhh. Ich hoffe, keine Lebende. Buchstabe B. Da. Ne Axt. Ne Axt. Oh. Wo war denn die Axt grad? Die hab ich da auch irgendwo gesehen. Oh. Da ist. Sag nichts mehr. Wo ist denn die Axt hier? Da ist ein Streitkorn. Da ist ein Streitkorn. Ne Schlange. Ne Zange. Ein Flugzeug. Flugzeug. Axt. Schlange. Zange. Schlange. Jetzt muss ich nur gucken, wo die Sachen sind. Kann nämlich annehmen, dass ich die nicht finde. Merkwürdig. Das war ein Flugzeug. Huch! Da ist die Schlange. Jetzt brauche ich nur die Axt und die Zange. Wo finde ich denn hier eine Axt? Ihr habt die bestimmt schon gefunden. Da ist ja der ganz hinten versteckt. Jetzt brauche ich nur noch die Zange. Ach, hier war auch eine Axt. Aber ich glaube, das war nicht die richtige, wenn es die wäre. Wo ist die Zange? Ja, auf jeden Fall. Das Video kommt morgen raus. Direkt den 22.08. Also es wird auch morgen sein. Direkt da wird auch wieder eine neue Folge von Wounds of Magic rauskommen. Das wird am gleichen Tag sein, wie ich jetzt hier das erzähle. Das würde ich auch nochmal dort erzählen. Aber ich habe jetzt gerade die zwei, drei Tage hatte. Ich habe keine Zeit, was aufzunehmen. Deswegen konnte ich erst heute. Ja, aber jetzt nochmal hier. Wo ist die Zange? Ihr habt bestimmt ge... Ah, da ist sie ja. So. Ich habe gefunden Pfeil und Bogen. Für was brauche ich denn Pfeil und Bogen? Das ist hier aber nicht weiter. Ja. 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 Ja, Leute. Sorry. Ich muss mal ein paar Tipps machen. Aber ich komme jetzt hier nicht voran. Wie komme ich da hin, geschweige. Ah, das ist schon, der blöde Back hier. Und wie komme ich denn jetzt hin? Ah, der blöde Back hier. Und wie komme ich denn jetzt hin? Der zeigt mir hier an, aber da komme ich nicht hin. Das ist es ja. Wie soll ich da hinkommen, wenn... Der zeigt mir hier an, aber... Ja, auf jeden Fall. Weil ich mir sonst nicht weiter weiß, dass ich jetzt hier... Ja, wie komme ich da bloß hin? Das ist die große Frage. Danke. Vielen Dank.